Ja, moin! Und so zieht sich das Teil 3 der wunderbaren Menschen in des vielleicht auch Podcast-Folge, wie wir als Kind schon in die Lüge gezogen werden. Das zieht sich dann ja bis ins Erwachsensein. Weil die meisten Jugendlichen bekommen dann super viele Ideen, was sie nicht alles ausprobieren möchten, möchten nochmal kischen und so weiter und so fort, möchten vielleicht auch mal das Gesetz brechen, nur mal so um zu sehen, wie das ist. Was ja noch lange nicht bedeuten würde, dass sie gleich eine kriminelle Karriere bis zum Mafia-Boss anstreben und nie wieder klarkommen, sondern sie wollen es einfach nur wissen, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt mal ein Auto stehle oder Marihuana rauche oder eine Nase Koks ziehe oder sonst was. Und da wird ihnen gleich ein Riesenproblem von gemacht, wenn das ans Tageslicht kommt und deshalb müssen sie dann, obwohl sie anfangen erwachsen zu werden und eigene Entscheidungen treffen können, müssen sie dann gleich wieder in diesem Lügenschema drin bleiben und Heimlichkeiten haben und so formt sich das dann im jugendlichen Sein bis zum Erwachsensein, dass die Lüge sie begleitet als tägliches Mittel des selber Schützens, des sich angeblich einfacher Machens und so weiter und so fort. Und nirgendwo um sie herum sind mal vernünftige Menschen, die mal vernünftig darüber sprechen, was das überhaupt mit einem macht, so zu lügen und Heimlichkeiten zu haben, dass das Herz sich dadurch verschließt und die natürliche Liebe aus unserem Herzen dadurch wirklich nicht in unseren Körper eindringen kann. Und dann schauen Jugendliche ja gerne auch viel Fernsehen und Filme und all sowas in der Richtung und da wird die ganze Zeit immer nur propagiert, Sexualität ist ein normaler Bestandteil, wenn du mal ein positives Gefühl haben willst und ein ganzer Mann sein willst oder erwachsen sein willst, dann musst du auch Sexualität betreiben, das gehört dazu, am besten regelmäßig bis ins späte Alter. Und wenn das mal nicht klappt mit der Sexualität, dann musst du am besten zum Doktor gehen, sonst was Medikamente nehmen und so, weil das ganz wichtig ist, obwohl ja Sexualität ein starker Trieb, richtig, aber nur eine körperliche Funktion ist, um der Fortpflanzung dienlich zu sein, die Arterhaltung. Ja, denn die wahre Liebe, die wahre Lebenskraft, die kommt ja aus unserem Herzen. Nur durch die Lügerei lassen wir die Herzenstür verschlossen, so kann das dann nicht in uns einfließen. Und so denkt unser Körper, weil der da drauf gebaut ist, dass wahre Liebe aus dem Herzen in ihn einfließt und ihn heilt und gesund macht und kräftigt, bis hin auch zu ernährt. Weil das ja nicht stattfindet, denkt unser Körper andauernd, ach, ich muss bald sterben, ich muss bald sterben, denkt unser Körper. Weil er ja das Lebenselixier Liebe aus dem Herzen nicht bekommt, die wahre Lebenskraft, die natürliche Liebe. Und dann ist ein ganz natürlicher Reflex Arterhaltung. Ah, dann muss ich nochmal ganz schnell Sexualität betreiben und irgendwo ein Kindchen zeugen, weil ich muss ja meine Art erhalten. Und so wird dieser Trieb dann gefördert und immer stärker und immer stärker und immer stärker und viele junge Menschen, die eigentlich erstmal ihren eigenen Körper ergründen sollten, die erstmal die Wahrheit überhaupt ergründen sollten, die erstmal überhaupt selbstbewusst sein, dadurch aufbauen sollten, dass sie sich selber bewusst sind, wer sie überhaupt sind und wie sie funktionieren, was ihr Körper tut und dass sie selbst eine Seele, also ein geistiges Wesen sind, welches nur in diesem Körper wohnt und sie überhaupt nicht dieser Körper selbst sind, sondern dieses nur ein Hilfsmittel ist, in der materiellen Welt klar zu kommen. Das sollten junge Menschen als erstes rausfinden. Tun sie aber nicht, weil sie die ganze Zeit von diesem Trieb geplagt werden, weil sie die ganze Zeit von klein auf gelernt haben, dass sie lügen müssen und Heimlichkeiten haben müssen, weil sie ansonsten ja nicht dazugehören, weil sie ansonsten ja ausgegrenzt werden, weil sie ansonsten ja sogar bestraft werden und so weiter, wenn bestimmte Sachen einfach wahrheitsgemäß ausgesprochen werden, die dann ja auch zu beheben wären, auch wenn es Fehler sind, auch wenn es Fehler sind, die Mensch begeht, irgendwas, was halt nicht richtig ist, das könnte ja behoben werden, dadurch, dass wahrheitsgemäß, offen, friedlich, freundlich, helfend darüber gesprochen wird und dann kann der Mensch üben, sich sinnvoller zu verhalten, nachdem er verstanden hat, warum er das tun soll und dann würde er sich praktisch gesehen bessern, was ja alles nicht stattfindet, da ja das groteske Theater, Kindeserziehung, egal wo, ob das in der Familie oder in Heimen oder sonst wo stattfindet, dieses Theater ist ja auf Lügen aufgebaut, so und dadurch hat der Mensch es dann sehr schwer und dadurch irgendwie so entwickeln sich die meisten Menschen dazu, dass sie glauben, ich bin erwachsen, ich muss Sexualität betreiben, deshalb muss ich, bevor ich überhaupt Geduld und Nächstenliebe und so weiter, Keuschheit gelernt habe, muss ich ganz schnell einen Partner haben, damit das aufhört, dass ich von einem zum nächsten springe und mit wilden Fremden Sexualität betreibe und riskiere, Krankheiten zu bekommen und diesen ganzen Kopfstress dazu, also muss ich ganz schnell heiraten und ja, wenn ich die ganze Zeit der Sexualität nachgehe, was ja zum Kindermachen ist, dann haben viele Frauen auch das starke Bedürfnis, ein Kind zu zeugen, ein Kind gebären zu wollen und den Männern wird ja immer eingeredet, irgendwie so, dass sie sonst was Tolles vollbringen, wenn sie in eine Frau eindringen, die so besamen, dass es zu einer Schwangerschaft kommt, das ist ja ganz was Tolles, was sie da vollbringen, denn, ich kann da wirklich nur sagen, irgendwie so Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein dagegen sehr, doch es wird dann immer nur das Erste und das wird dann was ganz Tolles irgendwie so und Eltern sein, naja, ist ja normal, dass unsere Kinder rebellisch sind, dass unsere Kinder Stress machen, dass unsere Kinder Heimlichkeiten haben vor uns und so weiter und so fort, ist ja normal und wenn das dann zu viel wird, dann wird das Kind ganz oft irgendwie abgestempelt und weggeschoben, weil ja die Therapie, die Veränderung zum Leben fehlt ja den Eltern selbst auch, was sie ja machen müssten, wenn sie jugendlich bis jung erwachsen sind, dann ist ja die Zeit dazu, Therapie zu machen, um das Elternhaus abschütteln zu können, um endlich in ein wahres Leben zu kommen, welches dann auf Wahrheit, Offenheit, Nächstenliebe, Liebe in sich selbst, Zufriedenheit, Gesundheit basiert, das wird ja alles nicht getan, es wird ja immer eingeredet, 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 wie wichtig das ist, die Eltern, die Familie, die Eltern, die Familie, wie wichtig, wie wichtig, wie wichtig und deshalb irgendwie so reagieren ganz viele, auch ganz allergisch da drauf, wenn dieses Thema auf den Tisch kommt, weil meine Mutter, mein Daddy, da darf niemand nur ein schlechtes Wort sagen, dann dröh ich sofort durch, wenn jemand nur ein schlechtes Wort darüber sagt, weil ich ja selber gar nicht bereit bin, mich zu verändern und dann, wenn das auf den Tisch kommen würde, dass ich von meinen Eltern so viele Schlechtigkeiten gelernt habe, dass ich Lüge und Heimlichkeiten habe, ja, dann wäre ich ja in dem Zugzwang, mich auch verändern zu müssen und so sind die Eltern für viele ein heiliges Dingelchen, was nicht angesprochen werden darf und das zieht sich dann weiter hinein, bis hin, ja, wenn wir dann zusammensitzen mit anderen, also das, was wir nicht wollen, ist über Politik zu sprechen, ansonsten könnten wir ja herausfinden, dass die Politik diese Verhaltensweisen fördert, weil ja die Politiker ebenfalls da drin aufgewachsen sind und ebenfalls keine Therapie gemacht haben und ebenfalls aus Lügen und Heimlichkeiten bestehen und dann gibt es so einige Themen, ja, über Geld dürfen wir dann auch nicht sprechen, weil wir ja die ganze Zeit irgendwie gierig sind und missgünstig sind und so weiter und so fort und wenn dann irgendwer mitbekommen würde, ich hätte schon, 5.000 Euro gespart, der könnte ja zu mir ankommen und könnte mich anbetteln oder sonst was in der Richtung, also sprechen wir auch über Geld nicht, über Politik sprechen wir nicht, über Religion sprechen wir schon gar nicht, nein, das tun wir auch nicht, das geht ja nicht, weil sonst könnten wir ja erfahren, dass die Religiösen genauso untherapiert sind wie die Politiker und die breite Volksmasse und deshalb an einen Gott glauben, der strafen würde und sonst irgendwas, weil wir das ja selber erlebt haben, dass unser leiblicher Vater uns ja auch gestraft hat, ist ja ganz normal, das ist ja Liebe, viele Eltern sagen das dann auch, ich habe dich jetzt aus Liebe geschlagen, ah ja, ein erwachsener Mann schlägt ein wehrloses Kind aus Liebe, das ist seine Liebe, einen wehrlosen mit Gewalt zu bedrängen, zu traumatisieren, zu schlagen, zu züchtigen, das ist Liebe und solche Einstellungen haben ja auch die Religiösen, man schaue in den Islam zum Beispiel, irgendwie so, da geht das auch ganz hart ab, dass aus Liebe zu ihrem Gott andere Menschen getötet werden und so weiter, erzählen sie und da gehen viele Islamisten, die auch friedfertig sind, nicht offen Sturm gegen an, sondern lassen das alles so geschehen, dass dieses im Hauptvordergrund der Nachrichten steht, anstatt dass sich die friedvollen Islamisten zusammentun und endlich mal davon weggehen, immer nur dasselbe zu erzählen, sondern akut ihren wahren Glauben, der aus Nächstenliebe, aus Liebe zu sich selbst, Liebe zum Nächsten, Gastfreundschaft und ein friedliches Zusammensein besteht, wird es zugelassen, dass dieser Glaube als etwas Gewalttätiges, welches nur dazu antreibt, dass es Selbstmord, Attentäter und Kriege gibt und sonst was, weil alle Ungläubigen getötet werden müssen, was ja auch totaler Blödsinn ist, aber das tun sie, das christliche Abendland nennt sich dann auf jeden Fall Abendland, weil morgens wird ja die Sonne aufgehen, die Gnadensonne, welche Gott die Liebe ist, irgendwie, so geht hier ja nicht auf, es ist ja ein christliches Abendland, hier ist die Sonne ja schon untergegangen, weil wir haben ja Militärhasstoren und so weiter und so fort, Atombomben werden vom Papst gesegnet und die Kirche ist bei jeder politischen, wirtschaftlichen Schweinerei in irgendeiner Weise mit involviert, lügt und Heimlichkeiten und so weiter ist bei der Kirche auch ganz normal, katholische Kirche sind da brutal schlimm, evangelische Kirche nicht so viel besser und wenn dann irgendwer doch tatsächlich mal diese ganzen Schlechtigkeiten irgendwie aufdeckt, der wird dann sofort exkommuniziert, nennt sich das dann, also rausgeworfen aus der Kirche, so einen wollen wir hier nicht, wir sind hier ein Club von Geheimnistouren und Lügnern und sonst was, weil wir wissen genau, wir brechen Gottes Gebote damit, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, also du sollst nicht lügen, heißt das Gebot und wer das Gebot nicht hält, hat auch mit Jesus nicht so viel zu tun, ist dann völlig egal, dann gibt es massenweise freichristliche Gemeinden, neuapostolische, Adventisten, Charismaten, sonst was in der Richtung, die alle in irgendeiner Weise keine Therapie gemacht haben und das selber noch gar nicht erkannt haben, in was für einem Lügenmoloch sie groß geworden sind und dann natürlich davon ausgehen, irgendwie so, dass der Gott diesen Lügenmoloch unterstützt, weil ja im Alten Testament in dieser schrecklichen Form der Gebote, wo der eifersüchtige Gott beschrieben wird, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leidenschaft und Gott der Liebe irgendwie sucht mit Eifer, dass die Menschen die Liebe üben, ja, richtig ist, also ein eifernder Gott irgendwie so, aber dieser strafende Gott, der ja die Kinder für die Sünden der Väter auf vier Generationen bestraft, da glauben sie halt dran, weil sie selber auch irgendwie so bestraft wurden von ihren materiellen Vätern und Müttern und Erziehern und sonst was in der Richtung, ja, da glauben sie dran und da halten sie auch dran fest, weil sie selber nicht bereit sind, aus der Lüge auszusteigen, weil es für sie überhaupt gar kein Problem ist, irgendwas, was zu verschweigen, tot zu schweigen, im Notfall auch zu lügen und sonst wie wenn sie in geistige Bedrängnis kommen und ihre Pünktchen, Pünktchen, Lügentaten offenbar werden sollen. So zieht sich das durch die ganze Gesellschaft überall hin, das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren intensiv erlebt, was jetzt irgendwie nennt sich das nicht Internetzensur, sondern es nennt sich Faktencheck, dass Facebook also unser großer, großer Lehrmeister ist, der uns lehrt irgendwie so, was jetzt richtig und was jetzt falsch ist, über irgendwelche Virenkrankheiten und so weiter und so fort und es wird sofort radikal immer drauf hingewiesen, sie bekommen innerhalb von Sekunden raus, irgendwie, ob irgendjemand über eine über eine Krankheit spricht, nicht, aber sie sind nicht in der Lage irgendwie Kinderpornografie im Internet zu finden, das geht nicht, sowas geht nicht oder Waffenhändler oder oder Hardrogenhändler oder so weiter und so fort, das ist nicht möglich zu finden, so, aber es ist sofort zu finden, wenn jemand etwas über eine Krankheit, wo die Politiker die deutsche Wirtschaft relativ ruiniert haben, das Land super mehr verschuldet haben, dafür, viele Bürger in den finanziellen, geistigen Ruin getrieben haben mit Maßnahmen, die völlig, völlig überzogen waren und hier schon mal ein bisschen Diktatur geübt wurde, Ausgangssperren verhängt wurden, Kontaktsperren verhängt wurden und all sowas wurde in den letzten zwei Jahren schon mal so richtig Faschismus pur geübt, alle verpflichtet werden, eine Maske zu tragen, so dass wir in zwei, drei Jahren sehen, wie viele neue Lungenkrankheiten sollten wir dann haben, weil alle nur noch mit dieser Maske so lange durch die Gegend gerannt sind und nirgendwo anders mehr und da das ja mit so einer blauen OP-Maske dann auch nicht geht oder zu Anfang war es ja auch genügend ein Haltstuch zu tragen, das geht ja alles nicht, nein, wir müssen diese heftigen, dicken, fetten, weißen Monstermasken aufsetzen, damit das mit den Lungenkrankheiten auch munter vorangeht, weil in unserem, wie nennt sich das noch gleich, Hochtechnologie-Standort Deutschland ist ja immerhin die Pharmaindustrie so stark vertreten und die brauchen ja ein bisschen Geld, nicht, und dann sind ja auch ganz viele deutsche Politiker in der Pharmaindustrie tätig oder ihre Verwandten, Ehefrauen, sonst irgendwas in der Richtung, sind in der Pharmaindustrie tätig und verdienen sich alle dumm und dämlich am Masken verkaufen, am PCR-Test verkaufen, am Desinfektionsmittel verkaufen und sonst irgendwas, also ich hab dann zwischendurch schon mal die Menschen gefragt, wie ist das, dürfen wir eigentlich schon wieder duschen oder ist immer noch, nur noch immer Händewaschen angesagt? Also bis ins groteske, lächerliche Getriebe und wenn wir dann mit irgendwem sprechen, dann ja, man weiß ja gar nicht so, was richtig ist und so und ah ja, ich weiß ja irgendwie, ja, wird ja auch seit 70 Jahren gesagt, mein Fernseher lügt, die Zeitungen lügen, die Politiker lügen, die Wirtschaft lügt, ja richtig, aber wenn die das dann sagen, dann glaube ich das doch und dann halte ich mich da auch dran, ja richtig und außerdem sind das ja alles dann auch Verschwörungstheorien, wenn da irgendwas gesagt wird, irgendwie so, was mit der Meinung der Politiker nicht übereinkommt, ja, aber das stimmt ja auch wieder nicht, weil wenn wir dann direkt auf die Regierungsseiten gehen, direkt auf die Seiten des Robert-Koch-Instituts oder des WHO oder sonst irgendwas in der Richtung, dann haben wir auch diese ganzen, ganzen bösen Verschwörungstheorien zwischendurch direkt auf ihren Seiten gelesen, dass Masken eigentlich überhaupt gar nicht so viel taugen, dass der PCR-Test total ungenau ist und überhaupt gar nicht tauglich dafür ist, irgendwie so festzustellen, großartig, ob ein Mensch jetzt erkrankt ist oder nicht, wird alles auch auf denen ihren Internetseiten von der Bundesregierung, vom Robert-Koch-Institut und so, wird das hin und wieder auch veröffentlicht, ja, aber wenn die das dann sagen, das wäre ja dann wieder, nee, dann wollen wir das auch nicht glauben, so machen wir uns dann selber zu lügnern, schon wieder, weil wir sagen irgendwie, ich glaube, den öffentlichen Quellen, die sind sicher, aber wenn die öffentlichen Quellen dann das gleiche sagen, wie die Verschwörungstheoretiker auch, ja, dann weiß ich ja gar nicht, was ich glauben soll, dann würden die mich ja anlügen, wenn sie einerseits schreiben, der PCR-Test taugt nichts und andererseits sagen sie, ja, so ohne PCR-Test geht das aber nicht, dass du in irgendein Geschäft reingehst, einerseits sagen sie, irgendwie so, die Masken taugen nichts, andererseits sagen sie, ja, so, das geht aber nicht, ohne Maske kannst du da, ähm, nicht mit anderen Auto fahren und dann kannst du auch nicht in ein Geschäft reingehen oder irgendwas in der Richtung, das geht alles nicht, aber du brauchst so dringend die Maske, obwohl dann ja wieder geschrieben wird, irgendwie so, ähm, ja, die Maske taugt nichts und, äh, hin und her und nächsten Tag steht dann wieder irgendwie, ja, die Maske taugt doch was und nein, sie taugt dann nichts und sie taugt doch was. Da bin ich aber nicht bereit, mir mein eigenes Bild zu machen und mal alle Quellen zu nehmen und mal alles miteinander abzugleichen und so weiter und da habe ich ja gar keine Zeit für, weil ich muss ja arbeiten gehen, arbeiten, 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 weil meinen Kindern soll es ja mal besser gehen wie mir, ja, wieso soll es meinen Kindern mal besser gehen wie mir, ich lebe hier in Deutschland, ich habe hier so viel Geld, wir haben hier alles, wir haben hier sogar zu Weihnachten frische Erdbeeren im Supermarkt, hier ist alles, hier wäre sozusagen ein kleines Paradies, ein Paradies, in dem niemand glücklich ist, ein Paradies, in dem alle Angst haben, Existenzangst haben, obwohl sie jeden Monat 3.000, 4.000, 5.000 Euro auf ihr Konto bekommen, ein dickes Auto fahren, eine dicke Hütte haben, wo sie drin wohnen, ein super teures, überteuertes Handy haben, äh, fette Computer zu Hause und einen 1,50 Meter großen Fernseher und so weiter und so fort, irgendwie haben sie alles, könnten total glücklich sein, da sind wir aber komischerweise nicht, ansonsten würden ja hier viele lächelnde, singende, tanzende Menschen auf der Straße rumhoppeln und, ja, wie schön ist das, danke, dass wir in Deutschland leben dürfen, danke, wie schön ist das, ja, super, 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 ach komm, freut euch mit mir, ja, schön, lasst uns zu mir gehen, wir kochen was zusammen und wir lernen uns jetzt kennen, weil wir leben hier in einem kleinen Paradies, aber das tun wir nicht, nein, meine Tür bleibt verschlossen, da kommen keiner rein, die sind ja alle merkwürdig, ne, sonst könnten die ja rausfinden, irgendwie so, dass ich immer noch nicht aufgehört habe zu lügen, obwohl ich überhaupt gar nicht lügen müsste, ja, so zieht sich das dann ein bisschen zu erwachsen sein, so geht das dann weiter und das, das ist halt der ideale Nährboden für eine faschistoide Gesellschaft, für Faschismus, genau dafür und viele sind dann auch Patrioten, wer als Patriot losgeht, wird als Faschist ankommen, das ist halt so, ja, aber das ist halt alles so eine Sache, irgendwie so, da möchten wir auch nicht drüber nachdenken, weil sonst müssten wir da ja tiefer gehen und müssten in unserem eigenen Sein schauen, ist ja ein bisschen blöd, wenn ich nur mit dem Finger auf andere zeige und sage, der lügt, obwohl ich selber lüge, also ist das schon in Ordnung, dass der lügt, das toleriere ich, weil ich möchte ja gerne, dass toleriert wird, dass ich lüge, und mit der Lüge fängt alles an, jedes Unheil, jedes Verbrechen, jedes Elende und auch jede Krankheit und so weiter, alles fängt mit der Lüge an, ein Mensch, der vollkommen in der Wahrheit steht, welches ja auch möglich wäre und dadurch auch ein liebetätiger, liebefühlender Herzensmensch wäre, der nicht auf Sexualität baut, sondern auf sein Herz baut, aus allem dem, was aus seinem Herzen kommt, also natürliche Liebe, genau wie auch Gedanken der Wahrheit, ja, dieser Mensch hätte dann auch die Möglichkeit, irgendwie frei zu leben, ja, aber das wird hier nicht gefördert, nein, wir wollen dann höchstens irgendwie so, dass wir den Menschen zu allem möglichen Blödsinn zwingen und ihm die ganze Zeit Angst machen, dass sein Leben in Gefahr ist und ihm Angst machen, dass er kein Geld mehr haben könnte und er unter der Brücke landet und sonst was in der Richtung irgendwie so und da lassen wir das alles zu, dass sich genau das entwickelt, dass der Wohnraum so teuer wird, dass ihn keiner mehr bezahlen kann, dass die Arbeitsplätze, die gut bezahlt werden, so wenig sind, dass kaum noch jemand einen bekommt und ansonsten wird hier für den Hungerlohn gearbeitet, weil alles fängt mit der Lüge an, alles fängt mit der Lüge an, die Lüge, die Lüge, die Lüge, das ist genau der Grund und deshalb sollte uns das anspornen irgendwie, ich möchte gerne erfahren, wie das ist mit der Wahrheit und ich möchte gerne vor allem erfahren und mitbekommen, wenn ich lüge und möchte das aus mir herausbekommen und mich selber korrigieren, welches dann mit anderen Menschen zusammen wunderbar funktionieren würde, total einfach wäre irgendwie, weil sich Menschen dann gegenseitig erinnern, ja schau mal jetzt, hast du nicht die Wahrheit gesagt, lass uns das Wort korrigieren in die Wahrheit und so weiter, yeah und danach feiern und tanzen irgendwie so, dass die Wahrheit gesprochen wurde und es wäre so einfach Therapie zu machen und es wäre so eine super fette Party, die so nebenbei ablaufen könnte, da könnte jeder nebenbei auch noch arbeiten gehen und all sowas machen irgendwie so und nebenbei immer mehr Menschen kennenlernen und immer mehr Menschen in die Wahrheit kommen und es wäre so wunderbar und wir würden hier wirklich in einem Paradies leben, aber so leben wir halt irgendwie das Leben, was wir lieben, beschützt im Schützengraben, ganz wichtig, weil wir ja nur Verbraucher sind, wir sind ja nur Konsumenten und wir haben da gar keine Kontrolle anscheinend drüber, deshalb kaufen wir in Deutschland so viel Essen, dass wir das in jede Mülltonne reinstopfen, weil ja jeden Tag Kinder verhungern in dieser Welt, deshalb müssen wir Essen in die Mülltonne stopfen und weil wir dann so sauber sein wollen, schütten wir Unmengen von Waschpulver in die Waschmaschinen rein, dass die Waschmaschinen das schon gar nicht mehr aushalten und daran kaputt gehen, an dem vielen Waschpulver, aber das macht nichts, weil das läuft ja alles dann irgendwie auf irgendwelchen Wegen in unser Trinkwasser rein und das könnte uns ja selber reinigen, früher war das ja auch gang und gäbe irgendwie so, da wird so ein schnodderiges Lügenmaul ja eben mal mit Seife ausgewaschen und das machen wir dann jetzt selber, dass wir uns das Waschpulver versuchen in unser Trinkwasser zu bekommen, damit wir endlich gereinigt werden davon, weil sonst müssten wir das ja selber tun und selber den Entschluss haben, dass wir gereinigt werden wollen von der Lüge mithilfe von Wahrheit und Nächstenliebe und Liebe und Dankbarkeit und Heuschheit und Barmherzigkeit und all sowas, aber das ist ja nicht schön, das wäre ja so ein dämlicher Gutmensch, sonst könnten wir ja noch das sein, was wir sind, Schafe, die glücklich und zufrieden in einer großen Horde zusammenleben und sich freuen irgendwie so, dass da ein Schäfer ist, der uns liebt und uns beschützt, aber sowas ist ja blöd, sowas wollen wir nicht, da reden wir auch ganz offen gegen an, vor allem auch ganz viele Verschwörungstheoretiker und sonst wie Kämpfer für unsere materialistische Freiheit reden da auch gegen an und sagen, das geht ja nicht, weil wir lügen so viel, dass wir überhaupt gar keinen Überblick mehr darüber haben, was jetzt wirklich ist, dass halt die, die lügen, sind ja die Wölfe, aber dann sagen ja auch viele von den Widerstandskämpfern gegen die Regierung und so weiter und so fort für Freiheit und so weiter sagen ja, es ist ja in Ordnung zu lügen, aber sobald ich anfange zu lügen, ist das mit der Freiheit vorbei und das wollen wir dann auch nicht verstehen und so grenzen wir die, die helfen könnten, dass wir uns selber therapieren gegenseitig, also Therapie bedeutet Veränderung, dass wir aus der Lüge rauskommen, ein wahrhaftiges Leben führen, welches wirklich ein Leben ist, die werden dann aus den Verschwörungstheoretikergruppen ebenfalls ausgegrenzt, weil sowas wollen wir ja nicht hören, das sind ja nur dämliche Gutmenschen, wir müssen uns bewaffnen und wir müssen in den Krieg ziehen, das ist praktisch gesehen ihre Message, weil so Menschen, die für Frieden und so weiter, nee, sowas brauchen wir ja auch nicht, irgendwie so, also mehr wie, dass wir uns irgendwo mal Ostern versammeln und eine Kerze anzünden, irgendwie haben wir für Frieden ja nicht übrig, weil wir wollen ja schließlich billige Handys, wir wollen ja billige Computer, wir wollen ja schließlich alle Elektroautos haben und sonst was in der Richtung und dafür müssen wir halt mal ein paar Panzer und diesen Jäger losschicken, weil ansonsten kommen wir ja gar nicht an die Rohstoffe ran, uns gehört ja nicht alles, aber das macht nichts, willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir die Fresse ein, haben wir gelernt irgendwie als Bündnispartner von Amerika, ist denen ihre Außenpolitik, deutsche Außenpolitik, auch schon lange, denn Deutsche kauft deutsche Bananen, das wurde ja schon lange gesagt, irgendwie so, jetzt haben wir dieselbe Partei an der Macht irgendwie, die Adolf Hitler geholfen hat in den 20er Jahren, 30er Jahren, stark zu werden, da war es der Ebert damals, gibt heute überall in den Städten Ebertstraßen, Ebertalleen, Ebertplätze und so weiter und so fort und Ebert von der SPD hat Adolf Hitler halt wirklich sehr geholfen, an die Macht zu kommen und ja, der Ebert heißt jetzt halt Scholz irgendwie so, wir sind wieder nach 100 Jahren am selben Punkt da angelangt und es wird auch wieder genau das gleiche passieren, weil immer noch das gleiche vorherrscht und zwar die Lüge, Halleluja und deshalb bitte, 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 treff doch mal den Entschluss, ich will ein Leben in Wahrheit führen, ich will lieber auf irgendwas verzichten, anstatt dass ich mir das erlügen und ertricksen muss, denn das geht doch, mit dem vielen, was wir haben, sind wir doch auch überhaupt gar nicht glücklich, also was wollen wir denn weiter so viel haben, vielleicht werden wir einfach glücklicher, wenn wir mal anfangen, vieles loszulassen, Halleluja, also kommt mal in die nächsten Liebe, bleibe in der nächsten Liebe und entwickelt einen Hunger nach Wahrheit und seid mal offen für alle möglichen Themen und nicht immer nur Scheuklappen auf und durch, so wie es ist, ist wunderbar, ist überhaupt nichts wunderbar, es wird hier alles untergehen, wir werden unseren Reichtum verlieren, es wird genau das passieren, was in der Bibel in der Offenbarung steht, dass wir bald nur noch für unsere Miete und für unser Essen arbeiten und genügend Geld irgendwie so für Sprit, fürs Auto und Alkohol haben, damit wir das irgendwie ertragen können im dauerbesoffenen Zustand und mehr Geld werden wir nicht haben und dafür werden wir dann 10, 12 Stunden am Tag arbeiten gehen und das ein wunderbares Sklavenleben, wie schön, brauchen wir den Sklaven das Essen nicht mehr kochen und ihm eine Teller Suppe hinzustellen, nein, wir geben ihm ein bisschen Geld, dann kochen wir sicher Essen selber, wunderbare Verwaltung, wunderbarer verwaltungsarmer Sklavenumgang weltweit, genau das wird kommen, Halleluja, heißt lobe die Liebe, wäre mal was, wenn wir das mal entkoppeln, Liebe und Sexualität, brauchen wir nur zu entkoppeln und wir koppeln das Liebe, Herz, Herzenstür öffnen, Liebe kann in mich einfließen, ah ja, ja, lächeln muss ich dazu, hallo, wenn ich mich freue, sollte ich auch meinem Gesicht Bescheid sagen, dass ich lächeln sollte dazu, dann könnte ich ja meine Herzenstür öffnen, natürliche Liebe kann in mich einfließen, die mich völlig gesundet, deshalb spüre ich die erste Liebe, die in mich einfließt, aus meinem Herzen erstmal nicht, weil die erstmal dafür aufgebraucht wird, unseren Körper zu reparieren, alles heil zu machen, alles gesund zu machen und wenn dann unser Körper wieder gesund ist, dann haben wir auch genügend Liebe aus dem Herzen, die wir dann auch erfüllen dürfen, deshalb dauert das irgendwie zwei, drei, vier, fünf Monate, bis der ganze Prozess abgeschlossen ist, da müssen wir nur mit Glauben rangehen, ja, ich brauche nur meine Herzenstür zu öffnen, die natürliche Liebe kann in mich einfließen, fängt an mich zu heilen, Halleluja, und wenn ich geheilt bin, kann ich auch liebevoll leben, mich mit Liebe anfühlen lassen, und Liebe kann aus mir ausstrahlen, ohne dass irgendwas entsteht, dass ich Sexualität betreiben muss, weil die Liebe aus dem Herzen mich völlig glücklich und gesund macht, Halleluja, und zufrieden, wie schön, bleibet in der nächsten Liebe tätig, das was ihr gebt, das werdet ihr bekommen, Halleluja, wie schön, bis später,